Hey, was geht Leute? Mein Name ist Danny Jess und heute spielen wir wieder Ultimate Chicken Horse mit Sniley. Das Spiel, wo wir einige Level haben und dann können wir die Level sozusagen vollbauen mit verschiedenen Sachen. Und dann geht es darum, wer zuerst ins Ziel kommt, der gewinnt. Und das Spiel ist ziemlich episch. Also ich denke, die meisten von euch kennen es. Wenn nicht, dann wirst du es hier erfahren. Also ich hoffe, du bist bereit. Schauen wir mal, ob du dir kostenlos abonniert hast, denn hier kommt täglich Videos schon alle kostenlos. Also, let's go in. 3, 2, 1, das ist Spiel. So, Sniley, wir haben hier ein neues Level freigeschaltet. Und zwar da oben, Kernkraftwerk. Ich möchte aber in den Urwald. Nein, nicht in den Urwald. Komm her, komm her, komm her. Ich bin aber ein Affe. Nein, du hör zu. Also warte, oh, warte, ich muss doch kurz mal Aussehen ändern. Ich kann nicht ohne, wirklich. Also ich kann nicht ohne mein Stirnband. Es tut mir leid. Ja, wieso? Es geht nicht. Guck mal, ich muss. Zieh das mal rein, Sniley. Siehst du das? Alter, was ist denn das für ein Stirnband? Das leuchtet ja richtig. Ja, das ist ein... Oh, guck mal. Zieh dir mal den Kontrast rein. Ich bin Lila. Hast du auch irgendwas an? Elefant, Lila, du wirst deiner Mama Tag zu Tag ähnlicher. Ja, das sagt sie mir auch immer. Okay, let's go, komm her. Warte, ich komme. Okay. Ja. Okay. Also, bis jetzt war ich immer am Gewinnsteil. Ich wollte... What? Warte. Ach, das... Wow. Eine Kanone? Oh, ich sende das Portal. Ich sende das Portal. Das gibt mein Item. Wo fangen wir an? Wir fangen da an. What the hell ist das für eine Map? Die ist ja mega verbirnt. Okay, wo platziere ich am besten... Ich platziere das hier. Was macht... Die Kanone katapultiert einen nach oben. Wie geil ist das denn? Box? Oh, wir haben beide. Okay, ich lasse mal mal so. Wir haben beide gleichzeitig. Den Bug gibt's immer noch. Ja, nee, das ist kein Bug. Das ist kein Bug. Wenn man gleichzeitig auf dem Item drauf drückt. Ich sag, das ist kein Bug. Das soll so sein. Oh, das geht nach oben. Ja, die Kanone... Alter, okay. Alter. Okay. Haben wir jetzt einfach ins Ziel? Äh, warte. Können die einen Toten, die Papierflieger? Das glaube ich nicht, ne? Nein. Wir können gar nichts. Okay, warte mal. Hä? Einfach so... Das kann nicht so einfach sein, oder? Ich glaube schon. Hä? Warte mal, ich geh hoch. Oh, da ist die Flagge. Ja. Okay, das ist... Das Ding ist, wir müssen halt noch ein paar Pfeilen aufstellen, ne? Ach ja, okay, das ist es. Also die Pfeilen. Ja, okay, okay. Natürlich sind es die Pfeilen. Was denkst du denn? Zu einfach keine Punkte. Das spiel ich das erste Mal. Wir spielen sie das erste Mal, das stimmt. Wir spielen sie das zweite Mal. Okay. Ich nehme das hier. Und nicht die Hoppe. Ein paar Pfeilen. Doch, doch, ein paar Pfeilen. Oh, das sind gute Pfeilen. Alter, das wird... Oh, das wird so nervig sein, ne? Das wird... What? Was tust du da? Ja, okay, das ist nicht so schlimm. Warte, Pfeilen, Pfeilen... Was ist das hier? What? Ein Flammenwerfer. Was zum Teufel? Okay, ich platziere den... Okay, ich mache es ein bisschen schwer. Ich will es nicht unmöglich machen, aber ein bisschen schwer. Wo hast du diese... Wieso hast du... Hast du die Seelen genommen die ganze Zeit? Ist das ein Scherz? Na klar, ich schränke uns ein bisschen ein. Okay, ich habe ein bisschen Schiss. Huh. Ja, willst du zuerst? Oder soll ich zuerst? Alter, ein Flammenwerfer? Ja. Ich bin für dich platziert. Oh mein Gott. Alles gut. Oh mein Gott. Okay, ich bin am Ziel. Wieso habe ich das Gefühl, du wirst sterben? Ich habe ein bisschen erschreckt, dieses Ding da oben. Ich habe nicht gesehen, dass du es platziert hast. Ja, ich habe es platziert. Pass auf, pass auf. Es schießt, es schießt. Keine Sorge, es leuchtet erst mal rot. Okay, okay. Nicht schlecht. Gut gemacht. Nichts schießt mich ab. Nichts trifft mich. Ja, ja. Das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen, mein Freund. Ich nehme die Säge. Warte, wir müssen jetzt wirklich schwer da machen irgendwie. Uh. Okay, okay. Es kann jetzt sein, dass ich es auch nicht schaffen werde. Ja, mit den zwei Items, das ist doch gemein. Bienen, was war nochmal Bienen? Wie funktionieren nochmal Bienen? Ja, Bienen, Alter. So, ich platziere es hier. Okay. Auf geht's. Das Ding ist, ich will, dass es schwerer für dich wird. Alter. Ja. Oh mein Gott. Was hast du, was hast du da platziert? Was ist das überhaupt? Das teilt sich so aus, wo du es mich hypnotisieren wolltest oder sowas. Welches Ding? Ja, dieses Ding, was du da aufgestellt hast. Also dieses Wabbelding. Das ist einmal Morgenstern. Ja, Morgenstern. Ja, du mich auch. Okay. Ha. Ich platziere es immer hier. Scheiß drauf. Einmal ein bisschen random. Ein bisschen mehr random, wenn ich das reinbringe. Ey, wir dürfen aber auch nicht übertreiben. Das ist das Ding. Na, Coin nehme ich nicht. Ich habe keinen Bock auf Coin. Nee, Coin spielen wir nicht. Ja, wir dürfen nicht übertreiben, aber keine Sorge, wenn wir übertreiben. Dann können wir danach einfach eine Bombe nehmen oder sowas. Das können wir dann einfach tun. Bro, ich weiß gar nicht, was wir da tun sollen. No! Ernsthaft. Du bist... Alter. Bean attackiert ihn. Yes! Meine Bean hat mich attackiert. Meine Bean hat mich attackiert. Woher kam die Bean? Das war Instant Karma. Oh nein. Instant Karma. Ich wusste nicht, dass das geht. Doch. Oh, Gott sei Dank. Okay. Oh Gott. Du kannst Bombe nehmen, wenn du... Okay, Münze. Ja, ich weiß nicht. Oh wow. Ich platziere es da, wo es halt ein bisschen tödlich ist, okay? Okay. Ich wollte eigentlich keinen Coin nehmen. Ist okay, du kannst den Coin nehmen, wenn du willst. Du kannst den Coin nehmen. Alter. Okay, ja, platziere es dort. What? Du bist ein Gestörter, das sage ich dir. Alter. Ja gut, das ist ein guter Ort, oder? Das ist ein einfacher Ort. Meinst du? Finde ich schon, ehrlich gesagt. Ja, probier es, ne? Ich platziere es hier oben. Ein bisschen mehr Randomness. Das ist wirklich... Bisschen schöner, komm. Wirklich, was haben wir aus der Map gemacht gerade? Oh nein. Oh nice. Oh, das war es schon? Oh mein Gott. Das war es schon? Das war es schon, ja. Oh nice. Oh mein Gott, was hast du da für eine Verleiher eingestellt? Was geschieht hier? Was geschieht hier? Was geschieht hier? Nein. Okay. Okay, ich komme jetzt hier. Dann kommen wir zu meinem Verhängnis. Das kann nicht wahr sein. Oh, 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 oh. Okay. Nein. Yes, 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 yes. Nein. Yes, Alter. Ich trafst du nicht so sehr. Ich habe mich so konzentriert, ne? Okay, warte, warte, warte. Da sind so viele Fallen. Aber es ist machbar. Das heißt, wir müssen mehr Fallen haben. Es ist auf jeden Fall machbar. Nur diese Bienen, die sind total ammerkbar. Na, ich werde es ein bisschen trickier noch machen, auf jeden Fall. Also, das ist... Also, die Map gefällt mir tatsächlich. Finde ich ganz nice. Mir auch. Ich mache es so, oh my God. Okay. Warte, ich mache hier eine Abkürzung hin. Jetzt kann man quasi eine Abkürzung nehmen und da oben drauf kommen. Du nimmst dasselbe, okay. Oh, okay. Ah, ich sehe schon, wie bei Doggy-Jung-Style. Wie bei was? Doggy-Jung-Style. Mach mal die eine Kanone zu meiner Kanone. Da kann man sich so... Was ich meine? So, das wäre ganz witzig. Ach so, aber glaubst du, das zieht von der Spannung her? Ich kann es nur so machen. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das können wir testen. Okay, ich gehe mal ganz in die Ecke und bleib hier, okay? Okay, die Ecke scheint sicher zu sein. Alter. Die ist sicher. Die ist sicher. Was, was aber du da platziert hast? Okay, willst du es probieren? Ich probiere es auch. Nice. Können wir hier hoch? What? Ach so. Ja, jetzt haben wir einfach einen Weg geschaffen. Okay, das heißt, wir müssen links mehr Pfeilen aufstellen. Aber mir gefällt die Maps so. Mir gefällt die Map mega. Die ist echt... Ey, das ist nice. Warte, was ist das hier? What? Zeitlupe? Ich weiß es nicht. Warte, ich platziere es mal hier. Wenn wir das Teil nehmen, müssen wir das nehmen. Okay, das platzieren wir da. Wir machen es jetzt nicht unmöglich. Okay, und dann nehme ich... Pass auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Oh Gott. Wow. Nein, warte, hä? Was denn, hä? Was, hä? Als ob ich jetzt noch die Kanonen nehme. Pass auf, pass auf. Duck dich. Okay. Ich weiß, ob ich die Kanonen nehme. Ich glaube, ich mache das. Oder? Was ist die Zeit? Nein. Das war nicht extra. Okay. Ich habe die Zeit... Oh, das ist das mal gemacht. Praktisch. Ist schon geil, aber... Oh, ich bin tot. Du hast jetzt die Chance, um mich einzuholen. Okay, okay. Ruhig, Snylie. Ich habe das Gefühl, das würde nicht funktionieren. Ich habe das Gefühl, du bist viel zu aufgeregt, oder? Kann das sein? Okay, okay. Ich sehe schon. Bitte nicht? Oh, ja. Oh, wow. Oh mein Gott. Ich dachte, du kommst... Ah, okay. Nice. Verdammt. Okay. Okay. Ähm... Ja, dann mache ich das mal so. Puh, du musst das Teil irgendwo anheben. What? Jetzt... Okay, ich nehme den Weg nicht mehr. Sicher? Schwarzes Loch. Ich glaube, ich nehme den Weg nicht mehr. Das ist mir ein bisschen zu blöd, so. Jetzt machst du es ja unmöglich. Naja. Jetzt hast du es ja unmöglich gemacht. Weiß nicht, ich probiere es doch mal aus, dann siehst du es. Oh, du kannst ja das jetzt stellen, genau. Dann ist es wieder möglich. Was soll denn das bringen? Du hast es wieder möglich gemacht. Du musst ja trotzdem unten am schwarzen Loch lang. Du kannst ja drüber lang einfach. Es ist nicht möglich. Es ist möglich, glaub mir, es ist möglich. Nanny, es ist nicht möglich. Okay, warte. Hier nach oben. Scheiße. Ähm, ich gehe hier lang. Ich probiere es gerne. Okay, probiere es. Es ist möglich auf jeden Fall. Das weiß ich. Okay, jetzt nach oben. Oh, scheiße. Okay, jetzt hier. Na, verdammt, ich warte noch. Oh nein, du bist erster. Komm schon, nice. Erster Bonus. Oh mein, ich bin sogar fast gestorben auch noch, weil ich die Falle oben nicht gesehen habe. Aber leider nur fast. Zu einfach keine Punkte. What? Wie? Du kriegst keinen Bonus dafür? Oh mein Gott, regt mich das jetzt auf. Also, hast du, wie war der Weg? Hast du den geschafft oder? Okay, warte. Ich hab den geschafft, ja. Aber ich bin hier über die Kanonen links und dann bin ich, hab ich das einfach nur die erste Kanone benutzt als Abkürzung. Okay, okay. Ich platziere mal ein bisschen Eis hier oben. Oder, ja, wo soll ich Eis platzieren? Ich platziere hier Eis, ja. Alter, was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht, Zeige? Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen können. Ich weiß, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich glaube nicht. Oh Gott. Ich bin optimistisch, sehr optimistisch. Okay. Hier ist es, okay, das ist, ich nehm das Teil. Oh Gott. Alter. Das ist gestört. Das ist gestört. Ich hab ein bisschen Angst. Ich glaub, ich nehm, warte, kann er das Teil nehmen? Ne, ich glaub, ich komm mit das schwarze Loch. Oh, man kann hier auch lang. Willst du mal den anderen Weg nehmen und ich nehm den hier? Ne, ne, ne. Darauf lass ich mich nicht ein, mein Freund. Oh mein Gott, was ist das denn? Nein, aber das Teil dreht sich, oder? Ja. Alter, was hast du da getan? Ist das jetzt ein Scherz? Hä? Was hast du da getan? Ich bin runtergefallen. Das Ding ist, es ist so ein Timing, wodurch ich halt nicht da lang, ich kann da nicht lang. Alter, ich bin auch grad ein bisschen am struggeln hier unten, ne? Ich kann da, ich kann, ich versuche, ne, ich kann da nicht lang, das ist so ein komisches Timing. Man stirbt, ich muss den anderen Weg nehmen. Ich werde den anderen Weg nehmen, ja. Nein, nicht runterfallen. Warte, ähm, so, ich hab, ah, verdammt. Ich überlege, ob ich die Kanone nehme, aber ich will ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, wir müssen, ich glaube, einen anderen Weg gibt's nicht. Weil das Timing ist so beschissen. Also ich glaube, man kann direkt ins Ziel. Nein! Alter, hat mich das als Buß genommen. What? So funktioniert das. What? Man springt da genau durch ins Ziel? Ja. Das schwarze Loch hilft einem sogar noch. Nee, das muss schwerer gemacht werden. Alter, das ist ja voll der Trick, Mann. Ich mach mal ein paar Risiko-Elemente rein hier. So. Das ist so einfach sonst. Aber ich glaube, jetzt gibt's keinen Weg mehr, um reinzukommen. Ja, wir dürfen's halt nicht zu schwer machen. Doch, ich werd erst du besser. Oh, warte. Okay, ich hab, ich hab. Oh, okay, ich hab vorher ein Portal aufgestellt. Ah, nicht zu schwer. Okay, dann würd ich sagen, okay. Oh, das ist jetzt gemein, aber ich mach's jetzt trotzdem, okay? Siehst du das, was ich vorhabe? Oh nein. Doch. Oh, da müssen wir ja ausweichen. Ja. Oder hier lang. Geht das? Ja. Oh mein Gott. Ich bin, ich bin tot. Ich bin tot. Ich dachte, ich lebe noch, aber. Du hast. Nein. Nein. Das hast du nicht benutzt, oder? Nein, hab ich nicht benutzt. Keine Sorge. Alles gut. Das hast du. Arschloch. Ah. Das ist doch ein Scherz jetzt, oder? Gott sei Dank hast du nicht aufgepasst. Ich glaub's grad nicht. So, jetzt ist es unbenutzbar. Oh mein Gott. Jetzt muss ich mir wieder einholen. Komm schon, Danny. Okay. Okay, jetzt Konstellation. Ach du Kacke, ich glaub's grad nicht. Das ist so ernsthaft. Gerade. Doch, doch. Das kannst du gerne glauben. Ich bin ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Okay, geh da hoch. Die neue Map ist aber geil. Ich glaub, es gibt sogar noch mehr neue Maps. Ach, da unten bin ich gerade. Okay. Ich glaub, ich glaub, ich... Bin da. Das reicht wirklich, wenn du die Kanone nimmst? Ähm, naja. Probierst du mal aus. Probierst du mal... Ja, oh mein Gott. Slyly, Konstellation. Slyly, Hilfe. Slyly, hallo. Was tust du da? Slyly, bitte. Pass auf, pass auf. Pass auf. Pass auf. Das Eis nervt mich. Pass auf, pass auf, pass auf. Das Eis auf, Slyly, bitte. Ich hab Angst. Hallo? Pass auf. Oh mein Gott, lauf. 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 So, alles gut. Lauf um dein Leben, Slyly. Lauf um dein Leben. Konstellation. Genau, genau. Nice. Das kann doch nicht wahr. Okay, ich muss jetzt punkten. Ich muss jetzt punkten. Oh, war das am schwitzen. Ich muss jetzt punkten. Ich muss jetzt punkten. Du musst jetzt hier erstmal gar nichts mehr. Halt die Schnauze. Ich muss jetzt punkten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne. Das kannst du nicht ernst meinen, oder? Na klar, man soll ja auch nicht mehr durchkommen. Ich muss jetzt punkten, Slyly. Wenn ich jetzt nicht punkte, ist es vorbei. Oh je. Ich muss es schwer für dich machen, aber so, dass es noch machbar für mich ist. Nein. Das ist eine Tür, die sich öffnet. Jetzt wirst du ein Arschloch. Das ist eine Tür, die sich öffnet. Jetzt wirst du ein Arschloch. Das ist eine Tür, die sich öffnet. Jetzt wirst du ein Arschloch, Slyly. Ich werde ein Ehrenmann. Jetzt wirst du ein kleines Arschloch. Jetzt machst du es aber ziemlich unmöglich. Hä? Das ist eine Tür, die sich öffnet. Das ist keine Wand. Ich finde es schon einen Weg. Ich finde es schon einen Weg. Findest du? Weiß ich nicht. Ich muss ja punkten, sonst habe ich verloren. Richtig. Du kannst auch stehen bleiben. Ja, schön. Achso, ja. Okay. Danke für die Information. Deine Tipps kannst du dir sonst wo hinstecken, Slyly. Die blau ist nicht, deine dämlichen Tipps. Oha, immer wenn es rot leuchtet, muss man eigentlich springen. Ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Nice. Es geht nur, wenn man es rot leuchtet. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mann. Ich kann jetzt nicht draufgegangen sein. So. Du bist dreckig. Ich glaube, ich bin aber... Ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen. Na klar kannst du es schaffen. Du gehst einfach drüber. Ja, aber... Oh, stimmt. Oh nein. Oh mein Gott. Let's go. Was ist das? Bitte, bitte für die Punkte. Let's go. Nein. Oh nein, ich kann. Ich gucke mich ein. Ey, das spiel regt mich so auf. Let's go. In der letzten Runde findet er noch einen zweiten Weg, um uns wieder durchzukommen. Oh nein, 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 nein. Okay, wir werden nur eine Folge von Slyly auf. Check in der Beschreibung aus. Und ja, das ist das Video von Metaphon. Lass da oben da. Abonniert kostenlos. Und bis zum nächsten Video. Bye. Bye, 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 bye.